ja leute was geht ab herzlich willkommen zu einem neuen video auf diesem kanal heute machen wir ich würde mal sagen jungs ich bin ledigen von wenn sie muss die sie von mir was willst du machen so fischer ja sehr gut ein edelmann das im ablängst und nicht ja oder so gerettet ja groß ist das mal er hat mich zwei mal große getroffen ein paar die mann was ist das was ist da los ich gehe mal auf zen ja ich hasse dich bei zen trifft er gleich bei mir gell ähm bruder warte ich bin ja ich bin runtergefahren keinen bock hoch zu gehen ich treffe ich direkt bei dir nicht alter noch bei mir wir haben einen teil hochgeladen den story oder ich will sterben bereich nicht der mein scheiß ich wollte ich auf schießen sie sind durch zu bieten aber immer an nein ich habe es nicht ja ja eigentlich was meine schuld diese diga retten wir leben dick aus das schreibt mich in die kommentare ich bin schlecht im snap ich weiß das schon schlecht und da hast du nicht gemacht er trifft mich genau zum schluss weiterhaut und ich bin gleich krank und der wo bist du es zwei etagen unter mir nein ach so ist ja schon dort ich bin so dumm headshot ja nein stopp spiel stopp guck 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 wo muss man da hin ähm spiel stopp ich weiß nicht wohin man muss okay sein ja mach jetzt bei 99 ist da trinium das video nicht zähle ich schaffte das könnte ein bisschen sich sein hätte die wenn sie das sehen ich kann mich nicht mal jetzt bin ich nein war sehr individuell muss team 1 und ich muss team 2 hast du schon gewechselt noch nicht starten ich starte okay weil dann könnte sie immer nicht noch nicht los wenn ich noch machen jetzt der schöne sniper der die sich nicht treffen wird er hat einfach durch buchhalte busch wenn es nun mal hätte ich noch mal gemacht war ja auch hier wird die schluss weil ich halt diesen schluss zu klippen und immer am ende noch dazu hinzufügen was ist am anfang war in dieser video geschehen wird ja 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 hast du die waffe ja gelaufen es geht auf mich was willst du geht doch aus zählen es weiter sich ich triff aber nicht jetzt so glück mal leute immer der der was als erstes dort ankommt bei abdullah der ist danach der nächste sniper er buchte sind auch nicht ich bin wieder ganz unten das macht ja jungs zu sehen doch kein ziel was macht er doch die 10 likes für diesen schuss das bleibt verstehen die oha wo ist jimmy u wo da ist hallo die dinge haben danach gerettet ne ich bin jetzt die sekunde noch die oha wo ist er noch zu sagen schauen wir noch immer auf mich geht gar warum soll ich auf dich gewähren die ganze durch der feld sei ja warum sollte ich noch auf dich geht egal für mich nur ja ja großartiger nein Der überhört mich gleich. Hey, wo ist der überhaupt? Also da. Wie? Achso, ich bin in falsche Richtung gegangen. Nein, 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 nein! Scheiß auf Chimit, ich muss sehr konzentrieren. Ja, danke. Okay. Nein, dann kann ich mal weitergehen hier. Nein, ich mag dich nicht. Nein, das ist der Sektor. Ich lasse mich nicht. Sen ist bei mir oder was? Nein, er ist weiter. Ich bin schon wieder runtergefallen. Du bist so los. Okay, du bist so los. Ja, lass mich bitte, schieß mich nicht ab. Nein! Sen, du bist so los. Ja, du bist so los. Es ist ein Zweifel los. Aber ich hasse diese Steine. Egal, wir kommen auf 10 Minuten, das reicht. Nein, 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 nein! Okay, jetzt übertreibt nicht! Nein, ich schaff das nicht. Nein, ich schaff das nicht. Was ist das? Ein ganz normales Parcours. Ich muss nicht sein konzentrieren, das schaff das eh nicht. Verpiss dich! Immer wenn ich in dieses Loch reingehen will, schießt er mich ab. Ha, ha! Ha, ha! Ha, ha, ha! Sen schafft er das nicht? Nein, ich kann ihn überholen. Ich kann das sein. Oha! Jesus! Ah! Ah! Ja, 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 ja! Ja! Sen! Was? Da bist ich. Nein, ich kann da nicht hin. Ich hab genau, wo er geschafft hat! Ha, 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 ha! Ha, ha, ha! Ich hab ihn ab. Irgendwie schon. Nein, nur für mich. Guck, guck, guck! Guck, guck! Guck, guck! Guck, guck! Ha, 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 ha! Juch! Warum geht's mir vor mir hin? Ja! Jetzt kommt das Krasse, er trifft mich nicht! Nein! Äh, mir geht rum! Ja! NICHT! Ahahaha Ah, wo war? Hihihi Aula Wiei, er trifft mich Verpiss dich Ja da vorne, du so'n Kopf, Alter Hey, dann soll ich mal auf mich Okay, gibt's Hey, muss er beten, oder nicht? Ist das schon zurück? Nein, wir kriegen ihn nicht Ah, mein Gott ja okay jetzt sind es jetzt und dann hatte sein du bist ich bin ich schon wieder machten gilt mich nicht und ich kann nicht beenden ich bin gott geworden ich kann fallen ohne sie zu triggern ich sage euch wenn ich meine waffen hab ich war ein bisschen weiter vorne ok okay ich habe auf die mir gewartet ich bin nicht weitergelaufen sie könnte mich nicht treffen ich kriege nur wo es jetzt 25 dinge hier doch durch seine ohne spielen ich habe mich nicht einfach durch er kommt in postet er trifft mich nicht jetzt die war zu der halbe stunde brauchst du dieses scheiß fallen triggere ich hab die vorgleichen gemacht nein er wollte es kam wie er da abkämpft denke ich darf pass auf ja ich laufe trotzdem wird ein guter jetzt nicht mehr ich gehe nur große zahlen mal ich liebe mein internet kein von uns ich bin könig alter das ist nicht schon hier ich werde auch noch hinten geboostet warum fliege ich hier runter verpisslich ja ja ich habe jetzt noch das ding töten das ging zu schnell alter ich bin der festgeschreckten das war es von diesem video wenn euch gefallen lassen leichter lassen alle die seien schätzen und für den schuss vorhanden lasst 10 likes da wenn wir sie gleich schaffen kommt der zweite der zweite teil von ich habe das lander nur mit mehreren spieler und ja